Und dem folgt auf der 85 GAU Bulldog mit 40 mm Kaliber. Ja, an der Stelle auch nochmal an alle 27er, wenn ihr sowas schießt, zeigt es an und achtet auf die Sicherheitsabstände. Ihr seht selber, so ein Ausschiel, wenn ihr euch runterkommt und zwischen den Leuten hat keinen Spaß mehr dran.